In Kamenz ist die Sanierung der zweiten Oberschule nach zweijähriger Bauzeit abgeschlossen. Für 11 Millionen Euro wurde das Gebäude saniert und modernisiert. Unter anderem können auch die aktuellen Brandschutzvorgaben nun wieder erfüllt werden. Die Lausitzwelle war bei der Einweihung vor Ort. Den ausführlichen Bericht sehen Sie hier in den kommenden Tagen.